Hallo, ich bin der Elia und ich bin der Basu Beat der Woche. Ich bin unterwegs mit vielen Facetten, aber heute bin ich hier als Rapper. Ich komme aus dem wunderschönen Waldenburgertal. Ich bin jetzt aber seit über vier Jahren in Basel statt sässig und aktiv. Hey, der Zwischenzeit-Song ist ein Titeltrack von der neuen EP und geht ziemlich nach vorne. Das ist ein Semmel vom DJ Bobo, Vigas-Beat mit Ludwig ausgearbeitet, also ein richtiger Banger. EP kommt im Herbst. Ich habe aber jetzt entschlossen nicht sagen, wann. Es könnte jeden Freitag sein ab jetzt. Ich mache sehr viel anderes als Kulturschaffender im Musikbereich und kann nicht immer so der Rapper sein, wie ich gerne würde so im Alltag. Da haben wir die Zwischenzeit genommen, um voll reingehen. Zum Sinn von eben, ich mache das nebenbei und nicht als Main-Shop. Das ist schon lange her das letzte Mal, vor allem Solo. Ich habe lange Zeit immer mit Friends unterwegs gesehen. Ich bin jetzt auch demnächst mit dem Skip auf dem Barfee, aber eigentliches Konzert erst wieder im Dezember. Das wird so ein bisschen die Lier-Show vom Jahr, wo auch gerade ein bisschen EP zelebriert wird. Also merkt euch schon mal den 14. Dezember in Basel irgendwo. Normalerweise pünktlich. Zeitstrebig, selbstbewusst. Dann machen wir es mal so. Mach das inzwischen, zieh, setz mir kein Datum. Gib ein Fick ab Sachrund, nur weil gebar steht. Inzwischen zieht nur C, Alter, niemand verarscht und. Usa, ausm Loch, innen läuft sich der Arschbruch. Setz mir kein Datum.